Die Smart-Foto-Funktion in der Perfect Photo Suite 9 bietet einige deutliche Vorteile. Ich kann jetzt eine Aufnahme, die ich bereits in der Perfect Photo Suite bearbeitet habe, immer wieder aufrufen und die bereits bestehenden Schritte weiter bearbeiten. In unserem Beispiel hier sehen wir, dass ich Perfect Enhance, Perfect Portrait und Perfect Effects angewandt habe. Wenn ich jetzt feststelle, dass ich beispielsweise in Perfect Portrait vielleicht den einen oder anderen Effekt korrigieren möchte, dann brauche ich einfach nur zu klicken und meine bisherigen Arbeitsschritte in Perfect Effects werden aufgerufen. Und Sie sehen, die Einstellungen entsprechen meinen bisherigen Bearbeitungen. Und jetzt kann ich hier hingehen und einige Dinge, die ich vielleicht etwas zu heftig ausgeführt habe, deutlich reduzieren. Wenn ich zurück in Layers gehe, werden diese Einstellungen automatisch in die bisherige Bearbeitung übernommen. Jetzt kann ich mein Bild wieder speichern und jederzeit wieder meine einzelnen Effekte erweitern oder neu bearbeiten.